Moin Pyros und herzlich willkommen zum Test der kleinen Batterien von Zehenschüsser von Leslie. Je nachdem welches Video ihr jetzt ausgewählt habt, seht ihr entweder die Quackle, die Crown, die Gold oder die Peony. Das ganze seht ihr ja sowieso schon da oben in der Beschreibung, was ihr jetzt seht. Und je nachdem sehen wir uns jetzt draußen bei der Zündung wieder. Wir kommen zur Quackle von Leslie. Dann Stein 1, Stein 2, das dem steht. Hand mal wieder sauberwischen in der Hose. Ich hoffe euch hat das kurze Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.